Boah, ganz ehrlich, kannst du jetzt mal sagen, warum das so lange dauert? Ey, ich hab nicht mal mehr Fußball zu Ende geguckt und... Boah, wir stehen schon seit Stunden hier und wollen eigentlich weiter und es kommt keiner von euch in die Pett. Okay, jetzt beruhig dich doch mal. Vor allem wie scheiße du fährst. Ey, meine Oma fährt besser, die hat nicht mal einen Führerschein. Hier ist es 100, du fährst gefühlte 30. Wollen wir in drei Stunden da sein, ähm... Boah, trink dir erst mal ein Bier. Besser? Besser. Besser? 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 Besser?